Hallo liebe Gitarrenfreunde, ich habe gerade sehr viel Zeit, bin sehr sehr viel drin, aufgrund der Umstände und mir ist sehr langweilig und ich habe ein paar Ideen, die ich jetzt einfach mal umsetzen möchte. Eine von diesen Ideen ist, dass ich euch gerne daran teilhaben lassen möchte, wie ich meine Gitarre hier, wie ich neue Saiten aufziehe und so ein paar Sachen abchecke, weil die mir in letzter Zeit so ein bisschen rumzickt. Ich habe Intonationsprobleme mit den Saiten und ich gucke hin und wieder im Internet auf YouTube so Videos, wo Leute das machen und deswegen habe ich gedacht, vielleicht interessiert das ein paar von euch auch, so ein paar Gitarren-Nerds und solche, die es noch werden möchten. Ich habe hier mein Baby, meine Gibson J45 Sustainable und mit der werde ich heute, naja, so ein paar Maintenance-Geschichten machen. Erstmal kommen diese ganzen Sachen hier ab und die Saiten natürlich. Das mache ich mal eben. Ich habe jetzt hier oben das ganze Zeug abgenommen, was normalerweise bei mir immer fest installiert ist. Ich möchte auch mal eine Empfehlung aussprechen hier und da. Das hier ist ein Pleckhalter, den kann man hier oben einfach mit so einem Gummi zwischen die Saiten wursteln und der bleibt immer hier oben und dann könnt ihr immer eins rausziehen, wenn ihr eins braucht oder wieder zurückstecken. Und der Kapo, der ist bei mir ebenfalls immer fest obendran. Den kann ich dann einfach verschieben, dran machen, fertig ist. Und den möchte ich euch auch unbedingt empfehlen. Der ist von Page oder Peige geschrieben. P-A-I-G-E. Und das ist ein besonderer, der den Druck auf die Saiten gleichmäßig verteilt. Und das bedeutet, dass die Saiten sich nicht mehr so verstimmen und ihr dann nicht mehr so viel nachstimmen müsst, wenn ihr den Kapo ständig wechselt. Also diesen Kaiser hier, Kaiser Kapo, den würde ich nicht unbedingt empfehlen. Den habe ich jahrelang benutzt, aber der macht das eben nicht, weil er so drauf klemmt und dann ist meistens die E-Seite ein bisschen viel höher verstimmt als die anderen Saiten. Und das ist nicht so cool. So, und dann ist klar, wie man so eine Saiten abnimmt. Man dreht einfach hier. Das kann man natürlich mit der Hand machen, so wie ich jetzt gerade. Viele haben auch so einen Kurbelgelöt dafür. Das habe ich auch. Das ist eher für unterwegs. Ich mache das zu Hause elektronisch mit diesem Gerät hier. Das ist dann einfach elektronisch. Das drückt man auf den Knopf und das geht ganz von alleine. Und das mache ich jetzt mal mit allen Saiten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, die Saiten sind jetzt ab. Ich möchte noch einen ganz kleinen Tipp geben und zwar die Pins hier hinten, die die Saiten runterhalten, sind bei vielen Gitarren sehr schwer rauszukriegen. Gerade bei den etwas günstigeren Modellen sind die oft sehr, sehr fest. Was okay ist, das ist nicht weiter schlimm, aber wie kriegt man die raus? Da könnt ihr natürlich eine Zange nehmen, die ansetzen, zack raus. Wenn das nicht geht, was oft der Fall ist, weil sie wirklich super fest drin stecken, dann nehme ich manchmal, also ihr könnt alles Mögliche nehmen, aber seid sehr, sehr vorsichtig dabei. Ich nehme manchmal eine Nagelfeile und da kann man dann hier so drunter haken bei dem nächsten Pin, ja, bei dem Nachbarpin und dann hier so drunter hebeln und die raushebeln. Aber seid super vorsichtig dabei, ihr könnt auch gerne so ein Stofftuch da drum wickeln, ja, dann ist es nicht so ganz so gefährlich für eure Gitarre, für das Holz hier an der Brücke. Und genau, die ziehe ich jetzt mal alle raus. Wichtig ist natürlich, die nicht zu verlieren, also irgendwo hinpacken, wo sie nicht runterkullern können, ja. So, okay, Seiten sind runter, Pins sind raus, jetzt können wir uns mal hier um das Griffbrett kümmern und das mal mit so einem schönen Tuch hier schön abwischen. Die ganzen groben Reste erstmal runter und dann wird das gleich eingeschmiert mit so einem Öl und ein bisschen einwirken gelassen. So, hier auch nochmal ein bisschen. Seid einfach ein bisschen lieb zu eurer Gitarre, ja? Das wird sich euch später immer danken. Jetzt kommen so ein paar Kleinigkeiten, die ich erstmal machen möchte, bevor ich dieses Öl hier drauf tue. So, kann ich auch empfehlen. Das hält schon super lange. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ablaufdatum gibt, hoffentlich nicht, weil das ist sicherlich schon sieben, acht Jahre alt. So, eine Sache, die viele vielleicht vergessen mit der Zeit, aber hier oben, je nachdem, was ihr für ein Modell spielt, gibt es so Schrauben. Und die ziehe ich gerne immer mal fest, wenn ich bei dieser Gelegenheit, weil die Mechaniken oben sich ja auch lockern, wenn man immer mal wieder dran dreht. Und ich mag die gerne schön fest haben. Ja, das mache ich mit allen sechs. Und dann vielleicht auch nochmal die ein oder andere Schraube hier, die die Mechaniken mit dem Kopf verbinden. Die kann man auch nochmal festziehen. Das mache ich jetzt erstmal nicht, weil da wackelt nichts, da ist alles noch fest. Und hier brauche ich auch nichts machen an der Abdeckung für den Halsstab. Das ist alles okay. Hauptsache es rattert nicht beim Spielen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und was ich dann noch mache, hier oben mit dem Sattel ist, ich nehme einen Bleistift. Ihr könnt auch, was eigentlich auch noch besser wäre, könnt ihr so einen Bleistift-Spender nehmen. Wisst ihr, wo ihr die Mine vorne reinstecken müsst? Das geht fast noch besser. Aber wenn ihr den richtig doll anspitzt, so wie den hier, dann kommt ihr hier auch rein. Und zwar geht ihr hier in die Rillen, wo die Seiten drin liegen. Da geht ihr schön einmal durch. Die malt ihr schön von innen an. Das wird dann schön vorbereitet dafür, dass die Seite da gut durchgeht. Weil das Material in dem Bleistift, das sorgt dafür, dass die Seiten etwas mehr... Naja, eigentlich so wie so eine Art Gleitmitte, ja? Damit die da nicht hängen bleiben. Sonst kriegt ihr nämlich auch Probleme bei den Stimmen und so weiter. Und das mache ich jetzt mal. Schrauben sind festgezogen. Die Gitarre ist schön großzügig angemalt hier oben am Sattel. Dann kann es losgehen mit unserem Öl. Deckel ab. Ein bisschen schütteln muss man es, glaube ich, vorher. Unbedingt sorgfältig schütteln, natürlich. Und dann gehe ich einfach hier Bund für Bund. Ich fange immer hier hinten an, weil am Anfang meistens noch nicht so viel rauskommt. Und hier hinten ist es nicht ganz so wichtig wie hier vorne, weil ich meistens hier vorne spiele. Also hier vorne erwarte ich den meisten Dreck zwischen dem ersten Bund und eigentlich dem siebten Bund. Da ist immer am meisten los. Und da gehe ich jetzt drauf. Auf der Flasche steht, a little goes a long way. Okay, das bedeutet nicht zu viel. Gucken, dass es schön eingeschmiert ist, dass der Bund schön bis zum Bundstab eingeölt ist, schön glänzt. Und das mache ich jetzt mit allen Bünden. Und danach stelle ich sie hin und lasse sie ein bisschen stehen, ein bisschen einwirken. Liebe Gitarrenfreunde, ich habe es jetzt ein bisschen einwirken lassen. Ich kann gar nicht sagen, wie lange. Und ich kann euch auch nicht hundertprozentig sagen, dass es wirklich notwendig ist, dass ihr das Öl einwirken lasst. Viele sagen, dass man es direkt runterwischen kann. Ich fühle mich immer gut dabei, die Gitarre kurz mal hinzustellen. Hier so ein bisschen Wellness zu gönnen. So sehe ich das. Das fühlt sich ganz gut an für mich. Und dann nehme ich hier meinen Lappen und dann wird das schön runtergewischt. Und zwar schön mit ordentlich Druck, dass hier der Dreck ordentlich runtergeht. So. Und dann, weil ich das ganz genau nehme, nehme ich danach nochmal meine Nagelfeile zur Hand. Und das ist wirklich, also das ist jetzt kein Pro-Tipp oder irgendwie sowas. Sondern das ist einfach die Art und Weise, wie ich das mache. Ich mache das unter das Tuch, damit es wirklich nicht das Griffbrett beschädigt. Und dann gehe ich hier nochmal an die ganzen Bünde ran. Und gerade an den Kanten, an den Ecken, da sammelt sich immer so der grüne Schweißrotz von den Händen, vom Spielen. Den wollen wir weg haben. Ja, deswegen gehe ich da hin und gehe mit der Spitze von der Pfeile da ran und kratze das so weg. Ich kratze aber durch dieses Tuch. Das heißt, meinem Griffbrett passiert wirklich nichts dabei. Und das mache ich jetzt mal. Das dauert ein bisschen. Okay, der Handrotz ist ab. Da bin ich richtig sorgfältig durchgegangen. Das Griffbrett sieht aus wie neu. Wunderbar. Jetzt kommen so ein paar Kleinigkeiten, auf die ich noch hinweisen möchte. Wenn ihr zum Beispiel ein Pick-up in eure Gitarre drin habt, einen Tonabnehmer. Na ja, dann müsst ihr hin und wieder mal die Batterie wechseln. Also schaut vielleicht, solange ihr die Seiten noch ab habt, dass ihr hier reingeht. Jetzt könnt ihr noch rein und den neuen Voltblock austauscht oder was auch immer ihr da austauschen müsst. Falls ihr überhaupt hier ran müsst. Dann haben wir hier ja auch noch Schrauben. Da kann man auch nochmal gucken, ob die auch ordentlich fest sind. Dann nimmt man sich vielleicht dann mal so einen größeren Schraubendreher, der ein bisschen besser dreht. Aber hier ist alles fest. Und ich möchte auch nochmal diese Dinger hier empfehlen. Die halten den Gurt wunderschön an eurer Gitarre dran, dass der nicht aus Versehen mal abfällt. Auf der Bühne zum Beispiel und dann ist die Gitarre auf dem Boden. Das wollt ihr nicht. Ja, habe ich auf beiden Seiten. Hier ist es allerdings ein bisschen schwieriger. Ein bisschen ist gut. Das ist ziemlich schwierig gewesen. Aber ich habe den hier permanent hinten auch an meinem Straphalter dran, der gleichzeitig auch mein Input ist. Den Input kann man auch hin und wieder mal festdrehen. Das brauche ich jetzt nicht machen, weil da komme ich sowieso gerade nicht ran. Meinen Gurt möchte ich euch ebenfalls empfehlen. Von der Marke Levi's. Ich glaube, die dir auch die Jeans machen. Von Number One. Alle Hamburger kennen vielleicht, Hamburger Gitarristen kennen Number One Guitars. Das ist tatsächlich deren Strap, den sie irgendwann mal entwickelt haben vor Ewigkeiten. Und der ist tatsächlich elastisch. Stretch. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Es fühlt sich viel, viel besser an, finde ich, als die ganzen Lederstraps oder Nylon oder was auch immer, woraus die auch immer sind. Dann machen wir uns tatsächlich schon an die Seiten. Ich habe hier meine Elixier-Seiten Nanoweb, auf die ich schwöre. Phosphor-Bronze benutze ich. Gibt nur noch Bronze 80-20. Zehner neuerdings. Probiere ich gerade aus. Machen wir das mal auch. Und dann werde ich jetzt mal an der ersten Seite demonstrieren, wie ich da so vorgehe. Da gibt es so ein paar Sachen, die man beachten sollte. Erstmal raus damit. Das erste ist, ich mache hier hinten, mache ich einen kleinen Knick. Also ich mache den Knick, den letztendlich die Seite sowieso machen wird, mache ich jetzt schon, damit hier einfach gleich schon schneller fest ist. Dann, der Pin hält die Seite ja runter. Und das soll er auf jeden Fall so tun, dass die, naja, wie soll man sagen, dass das runde Ende im Grunde genommen nach oben zeigt zum Hals. Also nicht so mit dem offenen Ende nach oben, sondern dass sich das eben so an dem Pin so drunter wegrollt. Und ein kleines Detail. Also bei den Pins, da ist oben diese Kante sehr, sehr spitz, sag ich mal. Und da bleibt dann dieses Ende oft hängen. Und erst wenn ihr spielt, wenn ihr mal ein bisschen fester zuhaut, dann rutscht es auf einmal hier rein und die Seite ist verstimmt. Und um das zu verhindern, kann man hier oben, zumindest bei diesen Holz- und den Plastikpins, das so ein bisschen mit einem Schmirgelpapier so ein bisschen stumpfer, ein bisschen runder machen. Und das habe ich gemacht mit allen meinen Pins, dass sie gleich richtig schön so drin sitzen. Ja, die Seite ist hier in der Rille und sitzt dann gleich so. Also, das kommt also hier hinten rein, dann den Pin, schön nachdrücken, nicht zu doll, dass es schön fest drin sitzt, dann die Seite nach oben. Und meine Mechaniken sind gerade so eingestellt, dass die Löcher alle zu mir zeigen und dass ich die Seite mit der Seite einfach hier von unten so durchgehen kann. Und dann gebe ich der Seite ein bisschen Spiel, das ist davon abhängig, wie dick die Seite ist. Bei der E-Seite, der dicksten Seite, der tiefsten Seite, ist es natürlich so, dass die am wenigsten Spiel braucht, weil sie sich auch hier oben weniger aufwickeln kann. Deswegen gebe ich ihr mal gefühlt so ein bisschen. Und dann mache ich folgendes, das ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Mit der Seite geht ihr oben durch und dann geht ihr innen, in diesem Fall jetzt bei den oberen drei Seiten, geht ihr unten durch. So, könnt ihr das sehen. Zieht sich schon mal fest. Hier mit diesem Ende könnt ihr machen, was ihr wollt. Es ist wie ein Faden, dieser Teil von der Seite wird sowieso nicht gespielt. Der wird später abgemacht. Ihr seid unten durch und dann geht ihr oben über die Seite drüber. Nochmal nach innen und dann nochmal oben rum, dass das Ganze so aussieht. Ihr habt jetzt hier so eine Art Lock, so nennen sie das für den Englischen, so einen Lockdown, so wie wir gerade haben durch Corona. Das sorgt einfach dafür, dass die Seite jetzt schon, wenn das hier alles richtig schön fest ist, dass die Seite jetzt schon hält und nicht noch durchrutscht. Ihr könnt die Seite hier festhalten, habt sie hier schon auf Spannung und könnt dann anfangen hier zu drehen, sodass die Seite sich unter diesem Lock aufwickelt. Das ist klar, also ihr wollt diese Windung, wollt ihr immer unten haben. Ich mache das jetzt gerade mit der Hand. Gleich nehme ich wieder mein Hilfsmittel, mit dem ich auch die Seite gelockert habe vorher. Aber nur damit ihr schon mal sehen könnt, die Seite wickelt sich wunderschön da unten langsam, aber sicher auf. Und wenn es dann fest ist, könnt ihr hier rüber gehen. Ich halte sie weiterhin hier auf Spannung, weil das macht es einfach leichter, dann kann sie sich oben nicht wieder entwickeln. Das ist super nervig, wenn das passiert. Und natürlich, weil jetzt bei dieser Seite so wenig Spiel ist, geht es relativ schnell. Bei den anderen Seiten ist es dann teilweise sehr, sehr anstrengend, das mit der Hand zu wickeln. So, da haben wir schon mal die E-Seite. Ich drücke hier hinten nochmal ein bisschen fest. Gut. Ich stimme die Seite noch nicht, weil das ist erstmal egal. Und das lasse ich erstmal noch dran, aus Gründen, weil wenn ich es jetzt schon abmachen würde, dann könnte es sein, dass sich dieser Lock wieder entwickelt. Und das wollen wir nicht. Also, weiter zur nächsten. Ich bin jetzt inzwischen bei der G-Seite angelangt. Und ich will einmal ganz kurz demonstrieren den Unterschied, wie viel Spiel ich jetzt bei dieser Seite zum Beispiel habe. Also, man sieht hier, ich bin mit denen schon fertig und habe hier bei der D-Seite ziemlich viel aufgewickelt. Das ist auch eine ästhetische Frage oder eine Frage, wie stark eure Zwangsneurose denn ausgeprägt ist. Bei der G-Seite gebe ich ziemlich viel Spiel, wie man hier sieht. Also, die ist ziemlich weit von dem Griffbrett entfernt, bevor ich sie hier oben wieder rumwickele. Auch nochmal, dass der Lockdown, ihr geht jetzt in diesem Fall bei den unteren drei Seiten, geht ihr nach oben rum, also zur Mitte hin, drunter durch, so, hier festziehen und dann wieder oben drüber. Können wir das ein bisschen erkennen hier? Oben drüber und hier so rum, dass sie hier fest ist und da oben wieder dieser Lock entsteht. Und dann geht es ans Kurbeln. Ich halte dabei, wie man sieht, die Seite hier die ganze Zeit auf Spannung. Also, ich drehe sie auch so ein bisschen, damit ich sie die ganze Zeit so halten kann, wie sie dann letztendlich hier auf die Mechanik treffen soll. Ansonsten laberte ich hier die ganze Zeit rum und das mit dem Aufwickeln wird sowieso nichts. Da haben wir sie. Alle Seiten sind drauf und ihr könnt auch daran erkennen, dass ich unterschiedlich viel Spiel gelassen habe, daran, wie viel hier übersteht bei den Seiten. Wenn man die hohe E-Seite mal mit der tiefen E-Seite vergleicht, da ist ein gewisser Unterschied vorhanden. So, was wir jetzt machen, ist auch ganz, ganz wichtig und zwar, damit die Seiten sich nicht vom Spielen am Anfang zu leicht, zu schnell wieder verstimmen, stretchen wir die alle einmal. Also, ich werde jetzt die Seiten alle erst mal so stimmen, dass sie richtig sind, dass sie zu der Stimmung E-A-D-G-H-E passen und dann gehe ich durch und stretchen. Dass die Seiten jetzt noch ziemlich steif und fest sind und so noch zusammensitzen, diese Windungen aufeinander, gerade bei den gewundenen Seiten, das merkt ihr auch daran, dass, wenn ihr alle Seiten einmal durchgegangen seid und gestimmt habt, die Seiten davor schon nicht mehr stimmen, weil der Hals sich ja jetzt auch bewegt und so, weil er wieder gezogen wird von den Seiten. Das heißt, ihr macht das so lange, bis auf jeden Fall schon mal alle Seiten stimmen, dass schon mal so ein Akkord schon mal ganz gut klingt. Das ist jetzt gerade okay. Okay, und dann fangt ihr bei der E-Seite an, bei der obersten Seite. Und jetzt werden die Seiten so gestretched, dass die sich einmal auseinanderziehen können, dass sie dann später das nicht beim Spielen machen und sich dadurch verstimmen, sondern dass sie jetzt schon mal im Prinzip vorgestretched sind. Also ich fang mal hier vorne an, ich drücke die Seite hier runter und gehe hier mit dem Finger drunter und ziehe so ein bisschen. Nicht zu doll, gerade bei den hohen Seiten kann das sein, dass ihr die dann einfach mal runterzieht von der Gitarre. Das wollt ihr nicht machen. Okay, das heißt, es ist im Grunde genommen so wie beim Schrauben, nach fest kommt ab. Also einfach so ein bisschen ziehen. Man kann das auch so machen, dass man mit dem Zeigefinger runterdrückt, mit dem Daumen hochzieht. Das kann man dann hier so durchmachen. Ich mache das auf jeden Fall so. Auch gerne hier beim 12. Bund, wo die Seite ja am weitesten ist. Da gerne mal ziehen. So, und die Seite wird jetzt ein gutes Stück tiefer sein, weil ihr habt sie gerade tief gezogen. Jetzt stimmt ihr sie wieder genau richtig, damit die Seite weiß, okay, da soll ich sein die meiste Zeit. Und dann macht ihr das Ganze nochmal. Nochmal schön festziehen. Sie wird jetzt ein bisschen weniger verstimmt sein, aber immer noch verstimmt. Bei mir ist es ein Halbton. Und das macht ihr jetzt immer wieder, bis sie sich von dem Ziehen nicht mehr großartig verstimmt. Vielleicht so ein paar Cent zu tief, aber sie wird sich immer ein bisschen verstimmt, das ist klar, ja? Durch das Ziehen. Aber jetzt zum Beispiel muss ich nur noch ganz wenig nachhelfen, damit sie wieder gestimmt ist. Und das mache ich jetzt mit allen Seiten. Gerade bei den höheren Seiten, wie zum Beispiel jetzt gerade bei der umwundenen G-Seite, bei Kustiggitarren, wird das ein paar Durchgänge benötigen. Und bei der hohen H- und E-Seite wirklich aufpassen mit dem Ziehen. Wirklich, da ist die Gefahr am größten, dass ihr sie abreißt, wenn ihr zu stark zieht. Und damit haben wir eine frisch beseitete Gitarre, die zwar immer noch ein bisschen metallisch klingt, besonders mit einem Pleck, ja? Aber sich zumindest nicht direkt so leicht verstimmt wieder. Ja, die Seiten muss man natürlich noch ein bisschen einspielen. Und jetzt können wir uns hier um dieses Gebimsel hier oben kümmern. Und dieser Lockdown, den wir vorhin gemacht haben, der hat noch einen Vorteil. Nämlich man kann die Dinger einfach nehmen. Man braucht jetzt nicht eine Zange nehmen und das hier mühsam abknipsen, sondern man kann die jetzt nehmen und einfach hier am Ende, da, wo sie im Prinzip in dieses Lockdown übergehen, einfach durch hin und her wibbeln, eine Sollbruchstelle erzeugen und sie dann einfach abnehmen. Ich mache das jetzt mit allen Seiten. Das geht super schnell, gerade bei den tiefen Seiten. Aber auch bei den hohen ist das gar kein Problem. Ja, ich drehe sie einmal nach da, einmal nach da. Dann ist sie schon gebrochen und dann noch hin und her wibbeln. Und dann habt ihr das hier oben auch so super sauber, dass ihr auch nicht mit den Fingern da hängenbleiben und euch da irgendwie wehtun könnt oder sowas. Und es sieht einfach auch wunderschön sauber aus. Und das gefällt mir besonders, weil da bin ich etwas, naja, zwangsneurotisch und ästhetisch empfindlich, könnte man mal so sagen. So, die sind jetzt alle ab und ich kann hier anpacken, wie ich möchte. Es ist wunderbar. Toll. Es kann sein, dass sich dadurch, durch diese Bewegung, sich die Seiten gerade noch ein bisschen verstimmt haben. Aber das ist nicht mal der Fall. Sehr, sehr schön. Was machen wir jetzt? Wir haben gerade unsere Seiten super doll angepatscht mit unseren schwitzigen Patschefingern. Und deswegen wische ich hier noch einmal drüber, einmal oben und dann klemme ich es einmal kurz drunter und auch noch mal so von unten ein bisschen so ein bisschen den Schweiß abwischen, weil wenn ich die jetzt hinstelle und die so vollgeschwitzt sind, dann setzt sich das wieder an und wird wieder eklig. Genau. Damit haben wir es jetzt im Prinzip. Natürlich könnt ihr gerne auch den Korpus noch mal schön abwischen hier. Falls da irgendwie Dreck ist oder sowas, kann man da auch noch mal mit einem Öl oder sowas beigehen oder kein Öl, aber so ein... Naja, je nachdem, wenn ihr Hochglanzbeschichteten Hochglanzfinish habt, dann könnt ihr sicherlich mit so einem Poliermittel dabei gehen. Ich habe für meine E-Gitarren habe ich hier so ein Spray. Das kann man nehmen. So ein Polish. Auch von Kaiser. Und bei dieser Gitarre hier, die hat ein Mattfinish. Da kann man auch mit Bienenwachs beigehen. Das habe ich jetzt auch schon mal ausprobiert. Ich habe das, glaube ich, nicht so wirklich richtig gemacht. Ich werde es noch mal probieren. Da kann man dann sowas nehmen. Das kann man mit einem Föhn anwärmen, damit es schön ein bisschen flüssig wird, schön weich wird und dann auch mit so einem Ding hier auftragen. Gerade beim Hals. Ja, weil der Hals ist ja das, was die meiste Zeit irgendwie in Benutzung ist und Abnutzung ist. Und man möchte ja gerne, dass es geschmeidig bleibt. Thema geschmeidig. Wir haben gerade die Seiten abgewischt. Jetzt habe ich hier noch sowas. Das nennt sich Fast Thread. Da schwirren viele Gitarristen drauf. Das kommt aus so einer Dose und das kann man dann noch auf die Seiten oben auftragen. Dann werden die wohl ein bisschen gleitfähiger, ein bisschen, naja, das heißt ja Fast Thread. Also ich nehme an, man soll dadurch ein bisschen schneller über die Seiten gleiten können. Ich kann das nicht hundertprozentig bezeugen. Ich mache es aber trotzdem, weil so ein bisschen Placebo ist ja immer. Nicht wahr? Es soll sich ja auch gut anfühlen. Man soll ja mit einem guten Gefühl das Instrument in die Hand nehmen und dann möglichst lange, möglichst gut darauf spielen können. Genauso wie sie jetzt ist, ich fasse sie gar nicht mehr an, stelle ich sie erstmal in die Ecke und fasse sie eine Weile nicht an und dann, wenn ich sie anfasse, dann wird erstmal ganz viel gespielt, bis die Seiten dann wirklich so klingen, wie sie am Ende am schönsten sind. Das riecht auch ganz toll gerade. Wunderbar, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht das eine oder andere gelernt und dass ich vielleicht auch eure Langeweile dadurch so ein bisschen beheben konnte für einige Minuten. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und vor allen Dingen bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bis dann. Euer Tom Klose.